Moin Leute, nach dem Update, wo die Robos rauskamen, kam ja auch parallel dazu dieser Kampftrainingsplatz aus und ihr erinnert euch, vielleicht solltet ihr den schon gemacht haben, ansonsten habe ich dazu ja auch ein Video gemacht, aber solltet ihr diese Kampftrainingsplätze schon gemacht haben, erinnert ihr euch bestimmt daran, wie viel Schaden dieser Robo hier drückt. Wenn ihr euch das hier anguckt, denkt man im ersten Moment, boah krass, wie viel Damage der macht, die droppen hier fast auf komplettes Leben runter und imagine, wenn man denen jetzt richtige Runen geben würde, was da passiert. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist ein täuschender Eindruck. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, wie gut der Robo in Wasser eigentlich ist und wenn man ihn mit richtigen Runen ausstattet, was da wirklich für einen Schaden rumkommt und ob hier nicht vielleicht in dem kleinen Kampftrainingsplatz hier ein falscher Eindruck entsteht. Viel Spaß mit dem Video. Und für den Wasser-Robo-Test sind wir wieder auf dem Account von Falken unterwegs, der sich den Wasser, den Feuer und den Wind-Robo hier auf sechs Sterne hochgezogen hat, um mal die Tests anzustellen und wir testen das Ganze jetzt. Wir haben auch schon den Feuer zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, haben wir auch schon den Feuer-Robo getestet und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall nochmal aus, ich verlinke es gerne nochmal an der Stelle. Der Feuer-Robo auch eine interessante Unit, die man sich mal angucken sollte, wie die so gerade alle performen und der Wasser-Robo sieht ja auch sehr verlockend aus, zumindest mit dieser Selbstzerstörungsmechanik, die wir ja auch in dem Kampftrainingsplatz gesehen haben und wir gucken uns jetzt mal an, ob das wirklich so gut ist. Vorher nochmal die restlichen Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist ein Single-Target-Defense-Break mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% diese Verteidigung auch zu brechen und dann kommt hier Schaden der Proportional zur eigenen Max-HP. Also quasi der Damage, der hier zur Max-HP ist, spielt hier eine große Rolle, bei der Selbstzerstörung im Übrigen auch, allerdings muss man hierbei wissen, das steht hier natürlich nicht, sondern das habe ich auch nur durch Testen herausbekommen, dass dieser Schaden mit kritten kann. Also du kannst hier quasi kritten mit dieser Max-HP-Damage und sorgt dafür, dass du einfach, wenn du nur auf HP gehen würdest, ohne irgendwie auf Crit-Rate oder Crit-Damage zu gehen, macht das Ding quasi keinen Schaden. Wenn der Kollege stirbt, hat er hier diesen Passiv, dass er wiederbelebt wird. Immer jede Runde, die er generiert um 25% und sobald er dann wieder 100% hat, ist er wieder da. Was hier leider vergessen wurde zu erwähnen, ist, dass wenn du mit diesem einen Leben dort dastehst und ein kleiner Windbandschlag auf dich fällt, bist du tot. Einfach komplett weg. Aus. Aus die Maus vorbei. Du selbst zerstörst dich und bist eigentlich dead. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man hier eventuell so eine Art Protection noch hat, dass der vielleicht in so einer Phase ist, wo er gar nicht angegriffen werden kann. Ja, so eine Sache vielleicht, dass wenn er sich selbst zerstört quasi, dass das so eine eigene Selbstzerstörung, so eine eigene Sequenz ist, die gar nicht als eigener Tod zählt, sondern wo man vielleicht gar nicht angegriffen werden kann. Dass man nur durch den Gegner, wenn man durch den Gegner getötet wird, dass man dann diesen Passiv nicht hat. Das war so mein Gedanke dabei. Ist aber nicht der Fall und deswegen müsst ihr den gut protecten, kann ich euch sagen. Ansonsten ist er komplett nutzlos. Ich zeige euch jetzt mal zwei Bilds, die wir machen werden oder zwei Herangehensweisen. Also zum einen zwei Runenbilds und auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist mehr so darauf gerichtet rein. Ja, und mehr Schaden mit dem, so viel Schaden wie möglich mit dem Kollegen zu machen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. So, und dafür haben wir unseren Wasserrobo mal so ein bisschen auf, hatte ich ja schon kurz angeteasert, auf Rage-Ville gebaut. Also wie gesagt, dieser Damage-Anteil von proportionaler HP, der kann kritten, anders als es beispielsweise bei Molong ist oder anders als es bei Skogul ist. Normalerweise, wenn ihr Monster habt, die schadenproportional zur eigenen Max-HP haben, sind es meistens Bruiser gewesen, die sich selber am Leben halten können. Ich denke da vor allem so an die Beastmonks, das sind so typische Vertreter von schadenproportional zur eigenen Max-HP. Das sind meistens Monstern, die nicht super krass sind und super viel Schaden drücken, aber dafür halt ein Kit haben, was sie am Leben erhält. Das hat dieser Robo nicht. Deswegen spielen wir denen jetzt quasi so das Kleine als Explo-Bot, also jetzt jemand, der einfach hochgeht und dann ist hoffentlich durch. Und wir spielen das Ganze kombiniert in einer Shield-Will-Offense. Ja, ich sehe hier Orion, also dachte ich mir, alle klar, wir machen Shield-Will. Ich habe irgendwie den Eindruck, wenn ich irgendwie Monster-Test ist, irgendwie geführt jede zweite Monster auf Shield-Will. Ich weiß auch nicht, was da los ist, entweder sind die Monster also Garbage oder es liegt an mir. Ja, wir spielen hier auf Shield-Will. Wir haben Verisa dabei, endlich mal ein richtig guter Stripper. Und wir haben Galleon auf Shield-Will unterwegs, sodass jetzt quasi dem Orion es so schwer wie möglich gemacht wird, hier wirklich die Wille oder halt eins dieser wichtigen Buffs runterzunehmen, damit wir möglichst überlegen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, wir springen rein. So, und da sind wir jetzt. Orion startet rein. Und genau das, was passiert ist, wenn man Shield-Will trägt und Orion versucht, die harmless Pranks auszuführen, es passiert bei uns gar nichts. Und so soll es ja auch sein, wir versuchen jetzt möglichst mit dem Dispaire-Set noch Stunts auszuteilen. Moin, Verisa hat wieder mal gecarried. Nice, jetzt brauchen wir die Defense-Breaks. Und jetzt, ich habe jetzt nicht den Galleon mitgenommen für den Attack-Buff, weil basically das keinen Unterschied macht. Aber wir wollen jetzt mal gucken, wie viel Schaden kann denn dieser Robo so machen. Und vielleicht droppen ja jetzt schon direkt die ersten Monster. Ich habe extra noch auf 1,2 Speed gestellt, damit wir das ein bisschen genauer sehen. Ich halte gleich an. Und wir sehen 27k auf Sierra, 24 auf Orion und 31k auf dem Perna. Die müssten jetzt alle so gut wie Dead sein. Ich glaube nicht, die Sierra, die steht noch. Oh, die stehen alle noch. Und jetzt haben wir gleich das Erlebnis. Eventuell, nee, wir haben Glück gehabt, dass wir alle gestunt haben. Normalerweise hätten wir jetzt gleich das Erlebnis, dass unser kleiner Robo hier das Zeitliche segnet. Zumindest ist es sonst in den restlichen Tests, wo ich sonst immer dabei war, der Fall gewesen. Also ihr müsst hier wirklich aufpassen, wenn jetzt der Stun nicht da gewesen wäre und diese ganze CC, was da vorher war, dann kann es sein, dass euer Robo hier gerade von so einer Sierra schnell mal getötet wird. Und ihr seht, jetzt müssen wir hoffen, dass Robo schnell mal wieder Leben generiert. Weil wenn Perna jetzt hier gleich ein bisschen ausrastet, dann ist das Thema schon wieder durch. Also ich hätte mir jetzt sehr gerne gewünscht, dass ich finde, dieser Heilungsmechanismus, auch wenn das jetzt super funktioniert hat, dieser Heilungsmechanismus ist für mich ein bisschen langsam. 25 Prozent, vielleicht hätte man ein bisschen mehr machen können. Oder vielleicht hätte man noch mit Skill-Ups den Passiv verbessern können. So eine Sachen, das fühlte sich so. Es sah jetzt erstmal richtig gut aus für den Test. Ich muss sagen, das lief besser als in meinen Tests zuvor, mit so viel Damage. Man muss auch dazu sagen, es hat auch alles gekrittelt. Wir haben sogar auf dem Windmonster gekrittelt, obwohl wir quasi auf unserem Robo aktuell nur 83 Crit-Rate haben. Also waren wir da auch ein bisschen nackig, dass wir die Sierra gekrittelt haben. Ja, und das sind aber, ich bin der Meinung, das sind schon recht okay Runen. Also wir sind hier auf Speed, Crit-Damage und HP. Ja, so auf ca. 200 Speed, dass man halt so typische Shield-Wheel-Offense. Das ist so die erste Möglichkeit, die man spielen kann. Und ich denke mal, gerade mit diesem Crit-Damage-Bild sollte man den Robo auch spielen. Und jetzt würde ich nochmal eine zweite Variante euch zeigen. So, die zweite Variante ist ein bisschen wilder, sag ich es mal. Die ist ein bisschen wilder, wir haben hier keinen richtigen Buffer, also keinen richtigen Leader dabei. Leider, mir fällt nicht so richtig ein, wie man noch mit spielen kann. Wenn man es nicht in so einer Shield-Wheel-Offense spielt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, braucht man wahrscheinlich einen Reviver, der dafür sorgt, dass wenn der Robo stirbt, dass der auch wiederkommt. Und der einzige Reviver, der jetzt gerade verfügbar war und leider keinen Leader-Skill hat, ist Taranis. Und ansonsten wäre bestimmt auch sowas wie der Bryant gar nicht so schlecht, ja. Tatsächlich, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die die Todesritter noch anfassen oder ob dabei kommt, was noch irgendwas in Planung ist, dass die sagen, oh, wir werden noch richtig gute Reviver ins Spiel bringen. Weil so viele, gerade wenn man sich überlegt, das ist ein Vier-Sterne-Monster, vielleicht, dass man jetzt auch mal in Vier-Sterne-Tauern wieder im Gehirn- und Belagungskampf spielen kann. Da fallen mir nicht so viele richtig gute Reviver ein. Ja, natürlich irgendwelche LD-Varianten, die wieder niemand besitzt. Hallo, Amarna. Ja, aber ansonsten, ja, fällt mir da nicht so viel ein. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir hier mitkommen, würde ich sagen. Wir gehen mal rein und gucken uns an, wie Taranis Harmonia und der gute Robo R40 heißt der, glaube ich. Ich glaube, Robo R40 war. Wir machen das hier mal weg und schauen uns das mal an. So, wir starten hier rein, ein bisschen anders als das, was wir vorher hatten. Wir haben jetzt kein Setup. Ja, also ihr habt gesehen, vorher hatten wir ja, wir haben dem Gegner quasi die Debuffs runtergenommen, beziehungsweise haben sie sich selber runtergenommen. Wir konnten Defense breaken oder debuffen. Und jetzt schauen wir uns mal den Schaden an ohne Setup. Und da kommt große Ernüchterung an, kann ich euch sagen. Und wir sehen hier, jetzt sehen wir ungefähr die Werte, ungefähr, sie sind sogar ein Stück besser. Das sind ungefähr die Werte, die man auch im Kampftrainingsplatz gesehen hat, ja, ohne Setup. Also das heißt, 8500, wenn ihr mal im Kampftrainingsplatz euch hier anguckt und mal pausiert zwischendurch, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, sind ungefähr die gleichen Werte. Ihr seht aber jetzt, dass hier im Real Life, und ich kann euch sagen, die Defense, die dort steht, ist nicht gut geruhnt, ja. Im Real Life sieht es dann so aus, die droppen nicht mal halb HP. Und jetzt ist es auch noch so, dass der Gegner auch noch reinkattet und uns quasi einfach wegtötet. Das ist, jetzt würde ich euch mal zeigen, man kann es natürlich mit diesem Shield-Will-Setup spielen. Und wenn man es aber so ein bisschen auf diese Revive-Schiene macht, dann, uff. Erst mal bitter, so, jetzt stehen wir erst mal da. Gott sei Dank haben wir Taranis dabei. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir vielleicht jemanden sleepen hier. Wir machen mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit rein. Und jetzt den Robo wieder da. Jetzt hat er auch gar nicht seinen Passiv, ja, weil er einfach wiederbelebt worden ist. Jetzt müssen wir das hier nur noch überleben irgendwie. Und jetzt könnte man, oder jetzt kann man hier versuchen, wieder mit Harmonia die HP auszugleichen. Das kann sehr mächtig sein, tatsächlich. Das kann sehr mächtig sein, wenn man das unmittelbar macht. Also direkt hintereinander, ne. Robo zerstört sich und Harmonia kommt direkt hinten dran, sodass keiner reinkattet. Das wäre auch richtig gut. Gute habe ich jetzt hier in dem Fall nicht so richtig gespeedtuned. Aber so könnte man das dann theoretisch auch machen. Dann vielleicht noch ein drittes Monster hinterher, was dann vielleicht finished oder so. Aber ihr seht, wenn kein Setup da ist, was wird zu finishen? Die Monster sind nicht mal halb HP ohne Setup. Jetzt versuchen wir hier noch ein bisschen die Defense Breaks zu landen. Wir haben natürlich eine gegnerische Louise, die hat jetzt nicht so gut gesleebt. Kriegen wir nicht. Die dritte Fähigkeit, die warten wir noch. Wir sind alle viel zu gut mit einem HP. Und wir müssen jetzt auch noch warten. Normalerweise, der ist auch wieder nicht ausgeskillt, der Mann. Normalerweise hättet ihr jetzt schon den Codon gehabt. Ihr kriegt nämlich noch Codons zurück sozusagen, wenn ihr wieder... Also ihr kriegt noch einen Codon runter, wenn der ausgeskillt wäre. Leider sind die Robos nicht ausgeskillt. Aber woher die Kraft? Und jetzt können wir uns wieder selbst zerstören. Der Kaki stirbt. Aber ich kann euch sagen, die Monster, die wir hier gerade angreifen, ich habe mir die mal angeschaut. Ja, sie sind da. Es ist schön, sie sind da. Und also richtig gute Runen haben die leider nicht. Wir machen mal hier den Sleep und jetzt haben wir gleich den Taranis Revive wieder. Dann ist unser Robo wieder da. So kann man das quasi auch spielen. Allerdings, gerade gegen sowas mit Immu und Schilden und weiß ich nicht. Das ist alles ziemlich schwierig, dagegen anzukämpfen. Gerade weil du auch ohne ein ordentliches Setup, also ohne Stripper oder irgend sowas. Boah, richtig schwierig. Und mir ist irgendwie nicht so richtig eingefallen, dass es einen Reviver gibt, der gleichzeitig strippen kann und Setup setzen. Also klar, Amana gibt es, der auch Defense breaken kann. Aber ja, erstmal haben. Woher die Kraft? Woher die Kraft? Und ja, jetzt geht mal hier so. Also wir werden jetzt in diesem Kampf wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Was aber nicht unbedingt an dem tollen Robo liegt, sondern eher daran, dass die Gegner nicht so doll sind. Ja, sagen wir mal, sprechen wir mal an, wie das. Und ja, jetzt gucken wir mal, wenn wir das Ganze mal runterspielen hier gleich. Immu ist da. Taran ist regelt. Und ja, das war es gewesen. Wir werden jetzt, was ich ein bisschen schade finde persönlich, wir werden es gleich nochmal sehen. Wir machen gleich nochmal einen Test mit einem Skogul bei der gleichen Defense. Der Unterschied einfach zwischen Skogul und diesem Robo, der ist einfach enorm, finde ich persönlich. Gerade weil wir jetzt das Beispiel gesehen haben, ohne Setup. Ihr seht schon wieder, der Kollege ist dead. Wir müssen jetzt wieder auf den Revive warten. Und der Schaden, den er gemacht hat, uff, ohne einen richtigen Defense break drauf, ist das quasi komplett vernachlässigbar. Also ja, wir brechen das mal an der Stelle ab. Wir müssen uns das nicht länger antun als notwendig. Ich würde sagen, wir brechen das mal ab und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das ähnliche oder fast genauso mit einem Skogul funktionieren würde. So, wir gehen jetzt in die gleiche Defense rein mit diesem Skogul hier. Das ist ein Vampire-Skogul. Der gleiche Defense mit einem Skogul. Mit Defense-Lead, das macht eigentlich keinen Unterschied, weil Skogul skaliert ja auf seine eigene Max-HP. Von daher ist die Defense eher nur fürs Überleben gut. Ansonsten eher egal. Und wir gehen einfach nochmal rein und gucken uns jetzt mal den Damage-Output an. Das ist nämlich ein ganz anderer Damage-Output und vor allem ist der mehr konsistent. Und Skogul hat einfach, im Vergleich zu dem Robo, hat der einfach viel mehr Überleben. Also der opfert sich nicht einfach wie so ein Rambo selbst irgendwie. Wir machen jetzt den Stein hoch, das dauert natürlich jetzt eine Runde. Aber in der Zeit ist der komplett protected und wenn der Stein runterkommt und der Schaden, ist er nicht tot. Ja, er ist dann actually noch useful. Und wir machen jetzt einfach die Immo und gucken mal, was passiert. Was macht Karki oder was macht Karki nicht, ist jetzt die Frage. Mal gucken, ob der Damage drückt. Let's go. Karki hat Karki. Guckt euch, habt ihr das gesehen? Das ist übrigens Skogul ohne Setup. Ja, also hier sind keine, also ich glaube auch mit Defense-Blakes, weil ich glaube ich keinen Unterschied bei Skogul. Aber Skogul macht quasi Setup-unabhängigen Schaden. Skogul ist ein Unit, die man mit drei Sterne kriegt. Wie heißen die? Warrior hier, diese Steinewerfer. Also die drei Sterne-Monser aus seiner Familie. Die kann man damit sozusagen ausskillen. Und diesen Robo muss ich einfach mit anderen vier Sterne-Robos ausgehen, die ich aus irgendwelchen Pay-to-Win-Rollen kriegen kann. Und dann wofür? Also ich meine, ich sehe noch nicht so richtig das Belohnungssystem dahinter. Sondern, ja, das ist quasi jetzt der Damage gewesen, den man jetzt hier so macht mit einem Skogul. Ich kann euch gleich mal zeigen, einfach nur zum Spaß, dass ihr das auch nochmal seht. Der Unterschied dann, wenn ich jetzt die Skogul-Runen mal zum Spaß einfach, einfach mal dann auf den Robo schmeiße. Weil wir haben ja Schadenproportional zur Max-HP, einfach mal, was habe ich denn gerade gemacht? Einfach mal zum Spaß drauf da, ja. Können wir gerne mal machen gleich. Wird auch witzig, kann ich nur sagen, wird auch witzig. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie der Robo so skaliert mit dem Schaden her. Vom Schaden her ist das, ja. Auch interessant, wir machen jetzt hier, machen wir die noch weg jetzt hier. Oha, seht ihr den Schaden? Das ist übel. Also es ist wirklich übel. Und der Skogul ist noch auf Destroy. Das heißt, das drückt alles noch ein bisschen mehr. Und spätestens jetzt, wenn jetzt der Gegner quasi, wenn jetzt der Gegner noch zu zweit ist, ist basically mit einem Skogul gewonnen. Weil jetzt teilt sich der Schaden, den Skogul durch seinen Stein macht, teilt sich jetzt auf zwei Leute auf und nicht mehr auf drei. Also je weniger Leute stehen, umso mehr drückt der Skogul. Ja, und das ist halt, dafür, dass das eine neue Unit ist, dieser, wir reden jetzt nicht über Skogul, sondern dafür, dass der Wasserrobo eine neue Unit ist, das finde ich jetzt im Vergleich zu dem Steinewerfer hier nicht gut. Also einfach nicht gut. Da macht der Kollege hier einfach viel besseren und vor allem Condition, also ohne irgendwelche Zusatzbedingungen ausfüllen zu müssen, macht einfach mehr Schaden. Ja, soviel dazu. Ich würde jetzt mal einfach zum Spaß, wir haben jetzt ja gerade die Skogul-Runen gesehen, ja, wir haben ja gerade die Skogul-Runen gesehen, ich würde einfach mal zum Spaß diese Runen jetzt einfach mal auf den Robo knallen, um euch nochmal zu zeigen, wie viel dann einfach diese Max, nur Max-HP-Schaden eigentlich ausmacht bei dem Wasserrobo. So, selbe Defense, jetzt wieder mit dem Wasserrobo und auch mit dem Runensets von dem Skogul eben. Ich habe nicht zu viel versprochen, wir wollten ja mal gucken, weil es ja proportional zur Max-HP ist. Wie viel Schaden macht das jetzt? Die eine oder andere Frage, die ihr euch ja gestellt habt, denke ich mal darüber. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und gucken uns an, wie viel Schaden jetzt das Ganze ohne Crit-Damage macht. Ja, ohne Crit-Damage kann ich euch das auch gleich nochmal zeigen. Und es ist witzig, ich kann es euch jetzt schon sagen. Es ist witzig, wie viele Bedingungen einfach dieser Wasserrobo braucht. Und jetzt geht es los. Wir hatten vorhin ungefähr gesehen, dass die so, ja, ich sage mal, der Kaki war so, sage ich mal, hat so das erste, dritte seiner HP verloren. Und jetzt ungefähr genauso ohne Setup. Aber er ist halt schon wieder dead. Es heißt, tschüss Robo, wo bist du hin, mein Junge? Also, was ist da passiert? So, jetzt hole ich ihn wieder zurück. Jetzt haben wir Gott sei Dank den Provoke getroffen. Und ja, irgendwie macht er, also mit dem Crit-Damage kann ich euch sagen, macht er deutlich mehr Sinn. Zumindest so vom Gefühl her, den auf Crit-Damage zu bauen, fühlt sich irgendwie richtiger an. Ihr habt es ja gesehen in dem anderen Beispiel mit Orion. Vielleicht machen wir auch nochmal das Beispiel mit Orion. Nur habe ich da jetzt keine Wille-Ruhen drauf, aber das kriegen wir bestimmt auch nochmal dargestellt, dass wir vielleicht nochmal in diesem Sheet-Will-Kombination spielen und mal schauen, wie da der Damage so ist. Aber hier fühlt sich das jetzt eher so an, als ob ich hier nie durchkommen werde. Ja, nie durchkommen werde. Ich meine, vielleicht ist hier auch die Monster-Auswahl nicht die beste. Das kann ja auch mal eine Rolle spielen. Aber jetzt haben wir deutlich mehr Max-Rapier. Jetzt macht die erste natürlich ein bisschen mehr Schaden. Also ich kann euch sagen, wenn hier ein Fuki stehen würde, der würde uns jetzt in dem Moment quasi komplett abrasieren. Also, ein Fuki statt einem Kaki hier in der Defense, uff, dann wäre eigentlich schon längst lost gewesen. So, können wir jetzt vielleicht jetzt, 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 jetzt Damage? Ey, der macht 3.700 Schaden an dem, an dem Wassermonster. Dann macht er 3.700 Schaden und vernichtet sich selbst dabei. Was ist das? 3.700. Wow. Einfach wow. Also ich glaube, das war einfach, das ist es nicht. Komm, du hast, das ist es einfach nicht. Der Wasser-Robo, so, mein, 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 dafür halten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Wasser-Robo haltet. Aber die Performance, die ich so sehen kann, vielleicht, vielleicht habt ihr auch noch bessere Ideen, dass man sagt, Duki, du machst da was ganz falsch, du müsstest den so und so nutzen. Ich bin nicht unfehlbar. Ja, dann schmeißt das gerne in die Kommentare. Haut rein, wenn ihr bessere Ideen habt, wie ihr den Nutzen nutzen könnt, bin ich auch gerne offen für Fragen und für Anregungen. Und jetzt sind wir erstmal alle tot. Ah, never mind, er ist ja wieder da. Da kommt er wieder. Aber er wird es halt nicht reißen. Er wird es einfach nicht reißen. Übrigens, Kaki ist auch in Netform. Just saying. Ja, und jetzt, kommen wir nochmal in die Wiederbelebung? Kommen wir nochmal? Robo, wie sieht es aus? Ah, und jetzt einfach wieder mal nichts machen. Jawohl. Durchs Schild gar nicht durchgekommen? Nice. Was ist das? Du opferst dich selbst, damit der Gegner dich auslacht. Robo, R40. Das R steht für rückwärts. So und weil es so schön war, dachte ich mir, gehen wir nochmal in diese Sierra Orion Perna, der Freien. Wir haben gerade so viele Bullets gedodged. Das habt ihr gerade nicht gesehen. Wir haben gerade so viele Bullets gedodged. Der Orion hat uns nicht gestunnt und ge-defense-braked. Und die Sierra hat uns versucht zu bomben und hat das auch nicht immer bekommen. Bester Dotter in-game, by the way. Und jetzt versuchen wir, mit Mondfinsternis und Galleon wieder Schaden zu drücken. Und dann machen wir ja Schaden. Wir sind jetzt auf dem HP-Bild, ne? Auf den Skogul-Run. Wir sind jetzt auf den Skogul-Run. Wir machen wieder 1er-Tempo. Vorhin haben wir die Sierra fast aus dem Leben geholt. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Äh. Äh. Ja. Haben wir schon Schaden gemacht? Und jetzt sind wir auch fast tot. Ah, jetzt sind wir tot. Blöd. Ja, also HP-Bild, Leute, weiß nicht. Ähm, ja, müsst ihr selber entscheiden, was ihr da macht. Also ich persönlich würde den nicht auf HP pur bauen. Ähm, ich kann euch jetzt nochmal zeigen. Wir brechen das nochmal kurz ab, das werdet ihr auch sehen. Ähm, das war jetzt natürlich nur ein Test. Gehnt ihr natürlich hier nicht rein. Einfach so. Ähm, huch, wo wart ihr jetzt da? Ja, hier sind nochmal die Runen von Robo R40. Das R steht für Rollstuhl oder rückwärts. Oder beides. Ja, also das sind wir jetzt die Runen, die ich von dem Skogul runtergenommen habe. Würde ich natürlich nicht empfehlen. Also, ne, auch wenn da steht was von HP. Ihr habt es gerade gesehen. Mit HP macht das einfach nur halb so viel Schaden. Das heißt, äh, wir gehen mal zu einem kleinen Fazit über. Wie gefällt mir der Robo? Ihr habt es jetzt sicherlich schon rausgehört. So ein bisschen. Wie würde ich den bauen? Ich würde den natürlich auf diesem Crit Damage Bild bauen, den ich am Anfang gezeigt habe und nicht auf diesem HP Bild. Das ist kompletter Quatsch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich als Vier-Sterne-Monster, welcher Schaden proportional zur eigenen Max-HP macht und nicht so der Schaden skaliert, wie es beispielsweise was das Skogul macht, was komplett insane ist, was der Mensch hier macht oder der Höhenmensch. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, ist der super underwhelming. Also, der ist nicht gut, aus meiner Sicht nicht gut gebalanced. Ähm, da fehlt eine Menge. Selbst wenn, selbst wenn ich hier noch Skill-Ups, die, glaube ich, Skill-Ups machen einfach keinen Unterschied. Also, hier auch noch Skill-Ups reinzudonnern, also um Gottes Willen, tut das bitte nicht. Äh, das Monster muss aus meiner Sicht eine andere Verrechnung mit seinem Schaden haben. Ja, also da muss irgendwas noch passieren. Oder das ist ja passiv, dass du in so einen Zustand kommst, wo du während der Wiederbelebungssequenz nicht angegriffen werden kannst, weil für was stirbst du sonst? Also, das ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar, warum man hier quasi sich selbst opfert und den Gegner quasi nicht mal wegtötet dabei. Also, ich meine, ich erwarte, wenn man sich selbst opfert, ne, dass dann der Gegner wenigstens, wenigstens einer mitgerissen wird noch, äh, der, ja, aber ohne Setup, also den großen Nachteil, den ich hier sehe, um mal den Vergleich zwischen Skogo und dem Robo zu sehen, Skogo ist ein Monster, was fast kein Setup braucht und sich selbst protecten kann durch seinen eigenen Passiv, ja, also, nämlich, er schmeißt den Stein hoch und in der Zeit, wo der Stein in der Luft ist, kriegt er bessere Resistenzen, äh, durch sein Passiv. Und, oder, beziehungsweise kriegt er, hält er halt mehr aus durch sein Passiv. Bessere Resistenzen ist Quatsch, aber, ne, du, du kriegst mehr Verteidigung, um 50% erhöhte Verteidigung und jedes Mal, wenn du quasi in der Luft ist, der Stein, verringert sich die Abklingzeit des Steins. Das, what? Und da verstehe ich halt nicht, warum gibt es nicht sowas, sowas ähnliches hier mit dieser Wiederbelebungssequenz? Basically, was ich gerade gesagt habe, der Passiv kann ja recht ähnlich sein, aber wenn er halt tot ist, dass in der Zeit, wo er tot ist, dass er dann irgendwie, ähm, ja, entweder ist er schneller zurückkommt und dass er halt auch nicht angegriffen wird, weil dann stirbt er, du musst ihn quasi immer mit Reviver spielen oder du musst halt so gute Runen und ein gutes Setup haben, dass du ihn mit einem Crit-Damage-Bild die Gegner aus dem Leben holst. Ne, das ist so, das sind so die Möglichkeiten mit dem Robo, die ich so sehe. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man den Wasser-Robo spielen kann oder generell Fragen dazu, kommt gerne auf mich zu oder schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gefällt euch der Wasser-Robo? Habt ihr den schon mal ausprobiert oder vielleicht in einer anderen Kombination gespielt? Würde mich auch mal interessiert. Bestimmt auch die Leute hier, äh, die die Videos schauen. Wenn ihr noch die Licht- oder Dunkelheits-Version von den Robos rumliegen habt, äh, kontaktiert mich gerne. Machen wir mal ein paar Tests mit den Robos in Licht und Dunkel, weil die liegen mir jetzt noch nicht vor. Äh, ja. Soviel zu diesem Video und meinem ersten Eindruck zu dem Robo. Ich persönlich würde so sagen, lasst die Finger von dem Robo. Ja, ist ein neues Monster. Wieder eins für mich ein Monster. Aktuell zumindest der Wasser-Robo für mich ein Monster. Wird sehr, sehr nah in die Kategorie der Kitsun oder Undin oder Rakshasas oder Donga oder was auch immer. Also da gibt es so viele 4-Sterne-Monster, die aktuell leider, leider ganz weit weg sind, äh, von dem, dass sie richtig nutzbar sind oder auch, sag ich mal, in vielerlei Situationen nutzbar sind. Es gibt immer Monster, die sind ja nischenartig nutzbar, aber dazu gehört dieser Robo leider nicht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vergesst nicht den Like noch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und mehr solcher Test-Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder bei dem Wind-Robo. Vergesst nicht, es gibt auch noch ein Wind-Robo-Video. Bis dann. Ciao.